Hi, wir sind auf dem Kanal Vorfuchs und heute will ich zeigen, wie ich eine neue Roblox-Folge spiele und wir fangen an. Ähm, er fliegt einfach mit einem Seil. Aber wie geht das denn? Achso, ist das etwa ein... Was ist das für ein Ding? Ich glaube, das ist... Okay, ich werde weitermachen. Was schwebt hier denn? Hier schwebt denn irgendwas denn? Neu Euro und ich habe auch neu. Äh, wo sind sie? Jetzt hat die Waffen hin. Oh, wie viel Blöcke? Okay. Ich glaube, ich bleibe... Neu Euro habe ich noch. Warum dauert das so lange? Das soll doch schnell genug sein. Und warum laufen die Blöcke langsam? Die verschwinden? Ich glaube, ich soll... Äh, was ist das für ein Ding? Was ist das denn? Was ist das? Ein Knopf entlang... Blackpanda, der König. Ey, Blackpanda. Was ist mit ihm denn los? Ähm, wo ist ein... Mein Haus ist dort. Aber habe ich ein... Geld ein bisschen? Ich glaube, ja. Mit der Welt ist irgendwas los. Aber was denn? Ich habe gar kein Geld. Mann. Ich glaube, ich brauche hell. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dieses Spiel ist verrückt. Und ich glaube, er braucht noch Hilfe irgendwie. Was ist mit ihm? Hä? Hä? Ich will ein neues Haus. Wie diesen. Aber hier liegt irgendwas. Da kann ich genau hoch... Sprengen. Was ist hier denn mit diesem... Dieses Spiel ist irgendwie komisch. Ich kann... Ich kann gar nichts mehr machen. Gar nichts. Was soll ich eigentlich jetzt halt machen? Wie soll ich das Video jetzt halt machen? Mann, ey. Äh. Ist das eigentlich ein Ballon? Er ist aber ein Seil. Ein Grabkürbis? Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? Mit ihm was kommt? Was ist denn nur... Denn... Alles fliegt... ...deutreich. Das sind meine Teile... Was ist denn mit mir nur los? Was ist denn mit mir nur los? Was ist denn mit mir nur los? Okay. Das Video ist aufgehört. Okay. Tschüss. Das war ein Witz. Das geht gar nicht mehr. Es soll doch irgendwie doch zu Ende gehen. Obwohl hier zu viel Geld ist. Und gar nichts funktioniert. funktioniert. Wie kriege ich denn Geld? Wie kriege ich denn Geld? Gar nicht mal! Ah. Nein, nein. Das geht gar nicht. Ist hier etwa zu viel Geldblöcke. Und ich nenne... Oh Mann. Es geht gar nicht. Was ist hier mit diesem Spiel los? Okay. Das geht nicht. Hm. Warum siehst hier Sand? Und das nervt mich. Eigentlich nervt mich. Ganz, ganz eisch. Dass ich gar nichts mehr machen kann. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Oder gehe ich zum Black Panda. Black Panda vielleicht. Es geht gar nichts. Hier eine Schnur. Aber für was ist hier Schnur? Das geht nicht um Schnuren. Und er braucht noch vielleicht Hilfe. Aber er hat mich getötet. Was soll ich eigentlich jetzt machen? Gar nichts. Einfach zum Black Panda. Vielleicht soll ich den Knopf irgendwie drücken. Black Panda weiß gar nichts. Er denkt einfach alles, alles wie was hier ist. Und denkt... Äh... Okay... Hä? Was steht hier drauf? Ich versteh nicht. Warum steht hier irgendwas drauf? Eben nicht im Stuhl. Hä? Ich glaube ja. Vielleicht soll ich diesen Stein weg machen. Ich brauche unbedingt Hilfe. Und außerdem... Das ist kein Stein. Das ist vielleicht ein Genu. Oder was das auch immer ist. Ochi. Das ist eine Blume. Aber warum ist hier was komisches los mit diesem Spiel? Geht's hier? Nein, das kann man nicht hier reingehen. Mit diesem Spiel ist was los. Nein, dieses Spiel geht gar nicht. Das ist nützlos. Es geht gar nicht. Ich hab gedacht, das ist ein anderes... Uh! Ist hier gefallen, aber es geht gar nichts. Was soll ich eigentlich jetzt tun? Geht's jetzt? Na, endlich geht's. Endlich geht das endlich mal los. Ich hab schon mir, naja, gedacht, dass es schon niemals los geht. Ich weiß gar nicht mal, wie viel Geld ich habe. Dieses Spiel ist voll. Na, damit kann ich gar nichts... Kein Geld schon sehen, wie es geht. Dann lass ich einfach das so. Oder... Nein. Warte. Das geht gar nicht. Dann hören wir diese Folge halt auf. Und verpasst nicht die Folge. Tschüss. Lass deinen Daumen hoch. Abonniert unseren Kanal. Tschüssi.